Hallo, in diesem Hörbuch gehen wir der Frage nach, können wir Deutschland mit erneuerbarer Energie versorgen? Und zwar ausschließlich mit erneuerbarer Energie. Und wenn ja, zu welchen Kosten? Heute Teil 2 des Hörbuches. Jean-Luc, legen wir los. Energie Historische Entwicklung Vergleichen wir unseren momentanen Energieverbrauch von 125 Kilowattstunden pro Tag pro Person einmal mit historischen Werten. Noch bis vor ein paar hundert Jahren haben die Menschen auch in Deutschland üblicherweise nachhaltig gelebt, also den Energieverbrauch aus eigener Körperleistung, der von Haustieren und vor allem aus nachwachsenden Rohstoffen bestritten. Wenn wir nur die Energie zur Verfügung hätten, die wir mit eigener Körperkraft erzeugen können, wären wir sehr eingeschränkt. Wenn Sie sich mal auf einen Hometrainer setzen und schwungvoll in die Pedale treten, können Sie nur grob 100 Watt Leistung schaffen. In 10 Stunden harter körperlicher Arbeit, also nur eine einzige Kilowattstunde. Das ist übrigens auch der Grund, warum es keinen großen Sinn macht, Fitnessstudios als kleine Kraftwerke zu nutzen. Spitzenradfahrer bei einer Bergetappe treten zwar über einen längeren Zeitraum mit 400 Watt in die Pedale, aber die Fahrer haben nach so einer Bergetappe großen Hunger. Wir sind also auf Energie aus anderen Quellen angewiesen, zum Beispiel Kohle, Öl, Gas, Atomkraft, Wind oder Sonne. Bis ins Mittelalter wurden als Energiequellen Holz zum Heizen und Getreide als Futter für Tiere verwendet und vielleicht noch Wasserkraft. Tiere waren die damaligen Maschinen, mit denen schwere Arbeit wie das Flügen der Felder, der Transport von Waren und die Arbeit im Wald verrichtet wurden. Wenn wir alles zusammenzählen, ergibt dies einen damaligen Verbrauch von vielleicht 25 Kilowattstunden pro Tag pro Person. Dafür standen im Schnitt 3 bis 4 Hektar oder 30.000 bis 40.000 Quadratmeter Fläche pro Person zur Verfügung. Bei intensiver, moderner Bewirtschaftung kann man 50.000 Kilowattstunden pro Jahr aus einem Hektar herausholen. Bei einem damaligen Jahresverbrauch von insgesamt 25 Kilowattstunden pro Tag mal 365 Tage ergibt dies 9.125 Kilowattstunden. So konnte man also auch ohne intensive Bewirtschaftung nachhaltig leben. Leider hat sich seitdem das Bild dramatisch gewandelt und der Trend scheint keineswegs umzukehren. Unser Energieverbrauch in Deutschland ist um den Faktor 5 gestiegen. Die zur Verfügung stehende Fläche beträgt aber pro Person nur noch ca. 0,4 Hektar, etwas mehr als die Hälfte des Rasens in der Münchner Allianz Arena. Diese pro Person zur Verfügung stehende Fläche wirft maximal 20.000 Kilowattstunden ab, falls jeder Quadratmeter in Deutschland nur für Biomasse verwendet würde. Bei einem Jahresbedarf pro Person von heutzutage 125 Kilowattstunden pro Tag mal 365 Tage ergibt dies 46.625 Kilowattstunden. Das reicht aber nicht. Es ist zwar eine schöne Vorstellung, dass jeder im eigenen Garten oder in kleinen Gemeinschaften auf traditionelle Art seinen Energiebedarf selbst deckt, aber das ist vollkommen unrealistisch, wenn wir uns nicht dramatisch einschränken. Natürlich können wir auch kleine Möglichkeiten zur Energieproduktion zu Hause nutzen, aber einen großen Beitrag werden diese nicht leisten. Die Zahlen zeigen uns, dass wir im Vergleich zu früher deutlich effizientere Technologien und neue Quellen zur nachhaltigen Energiegewinnung benötigen. Werfen wir mal einen Blick auf den Energieverbrauch anderer Länder. Das nächste Bild zeigt einen faszinierenden Vergleich mit dem Rest der Welt. Die horizontale Achse zeigt das Bruttosozialprodukt pro Einwohner, die vertikale Achse den Energieverbrauch in unserer Einheit Kilowattstunden pro Tag pro Person. Es gibt einen ganz klaren Trend. Je reicher das Land, desto höher der Energieverbrauch. Der durchschnittliche Energieverbrauch der gesamten Menschheit lag 2016 pro Person bei 57 Kilowattstunden pro Tag, weniger als die Hälfte unseres Verbrauchs in Deutschland. Fair wäre es, sich in der Welt auf den mittleren Energieverbrauch zu einigen. Dann müssten wir aber unseren Energiebedarf halbieren. Die USA müssten ihren sogar vierteln, wogegen Länder in Asien und Afrika noch ein großes Potenzial für den Energieausbau hätten. Die Grafik macht sehr deutlich, welche Aufgabe uns in den nächsten 50 bis 100 Jahren erwartet. Orange Punkte zeigen übrigens Europa, Amerika und Australien. Blaue, Asien und grüne Afrika an. Man muss sich klar machen, dass ein Großteil der Bevölkerung, der jetzt erst damit startet, Energie zu verbrauchen, über grüne und blaue Punkte verteilt ist. Schauen Sie doch mal, wo Indien und China liegen. Der Zusammenhang reich gleich hoher Energieverbrauch ist übrigens auch im Kleinen verblüffend schwer zu durchbrechen. Egal, was wir uns vormachen, ein hohes Einkommen ist mit der wichtigste Indikator für einen hohen Energieverbrauch. Wer reich ist, hat üblicherweise eine große Wohnung oder ein großes Haus, das erst gebaut und dann beheizt werden muss. Er hat meist mehrere Autos, fährt häufiger in den Urlaub, kauft sich mehr Produkte, die selbst Energie verbrauchen und Energie zu ihrer Produktion und Entsorgung benötigen. Wofür benötigen wir so viel Energie? Als nächstes sollten wir uns mal ansehen, wofür unsere 125 kWh pro Tag pro Person denn überhaupt verwendet werden. Dem aufmerksamen Haushälter wird bei der Zahl vielleicht aufgefallen sein, dass eine übliche familiäre Stromrechnung bei weitem nicht zu einem hohen Verbrauch aufweist. In der Tat ist der Stromverbrauch zu Hause deutlich geringer. Er beträgt für eine vierköpfige Familie ca. 4000 bis 5000 kWh pro Jahr, also nur 3 bis 4 kWh pro Tag pro Person. Wie passt das zusammen? Privater Stromverbrauch ist nur ein kleiner Teil. Die korrekte Erklärung ist, dass der Stromverbrauch im Haushalt eben nur ca. 5% unseres gesamten Endenergieverbrauchs ausmacht. Aber wohin geht dann der ganze Rest? In diesem Abschnitt wollen wir eine grobe Aufschlüsselung präsentieren, auch um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo die größten Einsparpotenziale liegen. Anscheinend nicht so sehr beim privaten Stromverbrauch. Denn selbst wenn jeder von uns es schaffen würde, den Stromverbrauch zu Hause um 20% zu senken, hätten wir nur 1% unseres persönlichen Energieverbrauchs eingespart. Hinzu kommt noch ungefähr dieselbe Menge an eingespartem Brennstoff in den Kraftwerken, aufgrund der eingesparten Verluste bei der Stromproduktion. Besser als nichts werden Sie sagen, das sind eine Menge kWh in Deutschland, nämlich 36 Milliarden kWh im Jahr, plus die gerade erwähnten Einsparungen im Kraftwerk. Aber da unser Gesamtenergieverbrauch fast 100 Mal so hoch ist, ist das keine entscheidende Weichenstellung. Also lassen Sie sich nicht von großen Zahlen beeindrucken, sondern setzen Sie diese immer ins Verhältnis zum Ganzen. Wenig bringt wenig, viel bringt viel. So und so viele Haushalte mit Strom versorgen Die Tatsache, dass der Stromverbrauch der privaten Haushalte nur wenige Prozent ausmacht, ist auch der Grund dafür, dass eine in der öffentlichen Diskussion beliebte Einheit im Grunde Augenwischerei ist. Wie oft haben Sie schon gelesen, dass diese oder jene Anlage es schafft, 500 Haushalte mit Strom zu versorgen. Das klingt dann irgendwie so, als wenn die 500 Haushalte komplett mit Energie versorgt wären. Aber es werden lediglich 5% Ihres Energieverbrauchs gedeckt. Die restlichen 95% kommen immer noch zum größten Teil aus fossilen Energieträgern. Zurück zur Frage, wofür unsere 125 kWh pro Tag pro Person aufgewendet werden. Die Grafik zeigt eine ganz grobe Aufschlüsselung des durchschnittlichen Primärenergieverbrauchs in Deutschland pro Person und Tag und den Teil, der in Form von Strom verbraucht wird. Wenn wir den großen Block Verluste weglassen, sprechen wir von Endenergieverbrauch, also davon, was wirklich beim Verbraucher ankommt, nämlich ca. 85 kWh pro Tag pro Person. Wir sehen, der private Stromverbrauch macht nur 5% des Endenergieverbrauchs aus, der gesamte Stromverbrauch nur 20%. Der Rest, also 80% des Endenergieverbrauchs, kommen direkt aus zumeist fossilen Brennstoffen, ohne den Umweg über die Stromproduktion. Hören Sie deswegen genau hin. Wollen wir es schaffen, 50% unseres Stromverbrauchs über Erneuerbare zu decken oder 50% unseres Gesamtenergieverbrauchs? Ein gewaltiger Unterschied. Zudem können wir ein paar große Blöcke im Endenergieverbrauch ausmachen. 45% sind Industrie und Gewerbe etc. 10% gehen für Warentransport drauf, 20% für Autofahren, Fliegen, Zugfahren, 20% für Heizung und Warmwasser in Privathaushalten und nur 5% für privaten Stromverbrauch. Ein Posten fehlt in der obigen Aufstellung sogar noch und dieser Posten ist nicht klein, sondern groß. Wir importieren nämlich Güter aus dem Ausland und zur Produktion und beim Transport dieser Güter im Ausland werden große Mengen von Energie aufgewendet. Woher kommt die ganze Energie, die jeder von uns pro Tag verbraucht? Das nächste Bild zeigt die Quellen unserer Primärenergieproduktion von 125 kWh. Trotz aller realen oder gefühlten Anstrengungen der letzten Jahre ist der Anteil erneuerbarer Energien an der Produktion bisher erst bei 13%. Photovoltaik und Windenergie machen zusammen sogar nur 4% aus. Verblüffend wenig, wenn man sich überlegt, wie sehr diese Themen die öffentliche Diskussion dominieren und welche Anstrengungen bisher unternommen wurden. Die Zeit der fossilen Brennstoffe scheint in Deutschland noch lange nicht vorbei zu sein. Ihr Anteil an unserer Energieproduktion liegt bei 80%. Sehr ernüchternd. Beim Thema erneuerbare Energien sind wir also nicht etwa bald am Ziel. Wir befinden uns erst am Anfang. Die Frage drängt sich auf, ob sich so viel Energie überhaupt auf nachhaltige Art und Weise erzeugen lässt, also unabhängig von fossilen Brennstoffen. Es gibt ja Orte, die das von sich behaupten, nämlich ein energieautarker Ort zu sein. Geht das überhaupt? Zum Beispiel Feldheim, der erste solche Ort in Deutschland. Auf der Fläche des Ortes verteilt stehen 55 Windkraftanlagen mit einem Jahresertrag von 250 GWh und 10.000 Photovoltaikmodule mit einem Ertrag von 2,7 GWh. Außerdem wird eine Biogasanlage betrieben mit einem Jahresoutput von 4 GWh Strom und 4,3 GWh Wärme. Eine Holzhackschnitzelheizung produziert thermische Energie im Umfang von 0,3 GWh. Insgesamt kommen wir auf 260 GWh. Was macht das pro Feldheimer? Nun, es leben knapp 150 Personen in Feldheim. Pro Person und Tag macht das sagenhafte 4.750 GWh. Das ist wirklich energieautark. Die wichtige Zusatzinformation lautet aber, dass Feldheim eine Fläche von 1.570 Hektar besitzt und dem stehen lediglich 150 Einwohner gegenüber. Jedem Feldheimer stehen also 10 Hektar zur Verfügung, 20 Mal so viel wie dem Durchschnittsdeutschen. Und praktisch die gesamte Fläche wird für erneuerbare Energien verwendet. Nun drängt sich die Frage auf, ob das Modell trotzdem erweiterbar ist. Könnte man das auf ganz Deutschland ausdehnen? Die folgenden Kapitel beschäftigen sich genau mit dieser Frage und wollen abschätzen, ob das Potenzial der erneuerbaren Energien groß genug ist oder nicht. Wir wollen dafür den Verbrauch und die Produktion durch erneuerbare Quellen in einer Bilanz gegenüberstellen. Auf der einen Seite steht eine rote Säule, die unseren Energieverbrauch von 125 KWh pro Tag und pro Person darstellt. Auf der anderen Seite eine grüne Säule für die Produktion, die wir nach und nach in den nächsten Kapiteln auffüllen wollen. Wird die grüne Säule genauso hoch werden wie die rote? Vielleicht sogar höher? Oder viel, viel höher? Oder haben wir keine Chance, unseren enormen Energieverbrauch allein über erneuerbare Quellen zu decken? Was glauben Sie? Geben Sie doch einen Tipp ab, bevor Sie zu den nächsten Kapiteln übergehen. Geschichten aus Absurdistan Als kleine Einstimmung auf die folgenden Kapitel über die Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen möchten wir ein paar interessante Geschichten voranstellen. Vielleicht ist dabei die Überschrift ein wenig ungerecht, denn im Folgenden wollen wir nicht nur absurde Ideen präsentieren, sondern auch auf den einen oder anderen interessanten Vorschlag im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien zu sprechen kommen. Auch wollen wir es uns nicht mit Albert Einstein verscherzen, der gesagt hat, wenn eine Idee am Anfang nicht absurd klingt, dann gibt es keine Hoffnung für sie. Aber der Umkehrschluss, dass jede absurde Idee gut wäre, gilt nun mal auch nicht. Leider werden neue Projekte zu häufig enthusiastisch von Teilen der Medien aufgenommen, ohne sie zu hinterfragen und nachzurechnen. Behauptungen werden ungeprüft übernommen und wenn etwas das Etikett erneuerbare Energien trägt, dann reicht anscheinend die gute Intention aus, um es zu loben. Ob es wirklich etwas bewirkt, rückt dann in den Hintergrund. In diesem Kapitel wollen wir unsere acht besten Geschichten vorstellen. Es geht uns vor allem darum, ein Gefühl zu vermitteln, welches Konzept substanziell etwas zur Energiewende beitragen könnte und welches nur ein Hirngespinst ist. Im Laufe des Buches werden Sie noch sehen, dass es gar nicht schwer ist, selbst die Spreu vom Weizen zu trennen. Der Klang der Worte ist leider manchmal viel besser als der Inhalt. Sie werden sehen. Energieerzeugung aus Mondlicht Vielleicht eine der besten Geschichten ist die folgende, die man seit 2014 in Spiegel Online in einem Artikel nachlesen kann. Dort wird suggeriert, man könne aus Mondlicht Energie erzeugen. Wir zitieren. Mondlicht als Energiequelle Lade, Auto, Lade In dieser Glaskugel könnte die Zukunft stecken. Der transparente Ball ist mit destilliertem Wasser gefüllt und bündelt Lichtstrahlen, deren Energie sich in Strom umwandeln lässt. Klingt nicht besonders kompliziert, trotzdem muss man erst einmal darauf kommen. André Prösel, deutscher Architekt mit Sitz in Barcelona, hat daraus das Energiegewinnungssystem Beta Ray entwickelt, das er nun mit seiner Firma Rolemon vermarkten möchte. Der Clou von Beta Ray, das System produziert grünen Strom und zwar Tag und Nacht. Je nach Durchmesser der Glaskugel, es gibt zunächst zwei Größen mit 1 Meter und 1,80 Meter Durchmesser, werden die Strahlen im Brennpunkt bis um das 20.000-fache verstärkt. Das so konzentrierte Licht wird dann mittels Photovoltaikzellen und wärmeabsorbierenden Minigeneratoren in Strom umgewandelt. Funktioniert sogar mit Mondlicht. Ein weiterer Clou von Prösels Erfindung ist das sogenannte Mikrotracking. Die Technik sorgt dafür, dass die Photovoltaikmodule und Minigeneratoren schwenkbar sind und so immer im optimalen Winkel zum einfallenden Licht stehen. Dadurch funktionieren die Kollektoren auch bei diffusem Licht und sogar bei Mondschein. Nachts wird aus Solarenergie dann Lunarenergie. Durch Lichtenergie gewonnener Strom könnte damit auch nachts und somit wesentlich konstanter produziert werden. Es fällt uns schwer, beim Lesen ruhig zu bleiben. Auf einen Quadratmeter Fläche treffen bei bestem Sonnenschein 1000 Watt ein, egal ob das Licht auf die Kugel trifft oder auf eine PV-Anlage. Mondlicht liegt um den Faktor 400.000 darunter. Man benötigt beim Mondlicht dementsprechend 400.000 Kugeln, um bei Nacht genauso viel Strom zu produzieren wie tagsüber mit einer. Daran kann keine Idee der Welt etwas ändern, auch kein Konzentrator. Und irgendwie klingt das so, als wenn die Kugel das einfallende Licht um den Faktor 20.000 verstärken würde. Also eine Kugel anstelle von 20.000 gleich großen Photovoltaikanlagen. Die Kugel fungiert hier nur als Linse, konzentriert also das auf sie einfallende Licht im Brennpunkt. Vermehrt wird die Energie dadurch natürlich nicht. Das Konzentrieren ist eine recht gängige Methode, zum Beispiel bei der Verwendung von Mehrschicht-Photovoltaik-Zellen. Im besten Fall erhöht sich dadurch die Effizienz ein wenig. Der Clou des Microtrackings ist eine technische Notwendigkeit, da die Kugel ja als Linse verwendet wird. Wenn der Minigenerator nicht richtig hinter der Kugel positioniert ist, werden die Sonnenstrahlen nicht mehr darauf fokussiert. Das Nachführen macht die Technik aber deutlich komplexer, ganz abgesehen davon, dass die 1,80 Meter große Kugel selbst schon drei Tonnen wiegen muss. Und warum bei einer Kugelsymmetrie diffuses Licht, also Licht, das aus allen Richtungen gleichmäßig kommt, genau an der Stelle der Photovoltaik-Zelle fokussiert werden soll, bleibt ein Geheimnis. Denn diffuses Licht kann nicht mit einer Linse gebündelt werden. Bevor man über Crowdfunding Geld in ähnliche Projekte steckt, wie es hier viele getan haben, sollte man sich die Technologie ganz genau ansehen. Falls die verkleinerte Version des Gerätes geliefert wird, dann ist sie ein hübsches Designerstück, mit dem man vielleicht mal im Haus ein Handy aufladen kann, wobei wir schon bei der nächsten Geschichte wären. Genug Energie, um x Handys aufzuladen Haben Sie auch schon gelesen, dass man mit irgendeiner Technik elektrische Energie erzeugen kann und das ist dann so viel Energie, dass man damit viele Handys aufladen kann? Waren Sie gestern joggen und sind Sie mehr als 420.000 Millimeter weit gelaufen? Respekt! Moment, das waren 420 Meter, ist gar nicht so weit. Aber 420.000 ist doch eine große Zahl! Komisch! Haben Sie gestern im Hallenbad unter Wasser die Luft angehalten und das über eine Zeit von über 10.000 Millisekunden? Wow! Moment, das waren 10 Sekunden, war gar nicht so lange, aber 10.000 ist doch eine große Zahl! Komisch! Wie viel Energie ist eigentlich in einem Handy gespeichert? Nehmen wir mal exemplarisch das iPhone 8 mit einer Akkukapazität von knapp 7 Wattstunden. Das sind 0,007 Kilowattstunden. Der Ladevorgang war vielleicht 80% effektiv, dann sind wir bei einem Energieaufwand von 8,8 Wattstunden für einen Ladevorgang, also 0,0088 Kilowattstunden. Wenn wir nach einer Einheit suchen, bei der selbst kleinste Energiemengen mit großen Zahlen angegeben werden müssen, dann ist die Energieeinheit, Zitat, so viel Energie, wie man zum Aufladen von Handys benötigt. Zitat Ende. Perfekt! Wann immer diese Einheit verwendet wird, dann wissen Sie, dass etwas Kleines groß geredet werden soll. Fast immer kommt er noch hinterher und die Forschung steht hier noch ganz am Anfang. Die implizierte Meta-Botschaft dabei lautet, Zitat, Wir warten noch ein wenig und alle Probleme werden von den schlauen Wissenschaftlern gelöst. Zitat Ende. Klar ist es vorteilhaft, wenn man das Handy ohne Steckdose laden kann. Ja, sehr nützlich wäre das zum Beispiel auf einer Radtour, wo man das Handy als Navi benutzt. Das Militär wäre sicher ebenfalls ein dankbarer Abnehmer. Und natürlich ist das Ganze sinnvoll in Weltregionen ohne zuverlässige Stromversorgung. Aber der Verzicht auf die Steckdose ist dann der große Gewinn und nicht die kleine Energiemenge. Hier unsere persönlichen Highlights zu diesem Thema. Bei der Bild-Zeitung kann man lesen, alternative Energie, Handys laden mit Popo-Power. Schon seit längerem entwickelt das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme biegsame Solarzellen für den Einsatz in Kleidung. Die Folienpaneele wandeln Sonnenlicht besonders effizient in Strom um. Modedesigner kreieren aus diesen Solarzellen bereits Kleidung. Trotz vielversprechender Ergebnisse kann man die Tech-Kleidung bislang allerdings noch nicht kaufen. Warum beschäftigen sich Experten der Fraunhofer-Gesellschaft mit solchen Sachen? Weil der Verzicht auf die Steckdose interessant ist. Die Energiemenge ist völlig irrelevant. Eine Energiewende läuten wir damit keineswegs ein. Auf Spiegel Online finden wir Solarhandys, Mobilfunk mit grünem Gewissen. Samsung macht es vor, wie es geht. Den Strom zum Betrieb des Mobiltelefons erzeugen Samsung zufolge Solarzellen auf der Rückseite des Handys. Zitat, um die Aufmerksamkeit auf Schutz der empfindlichen Umwelt zu lenken. Zitat Ende Deshalb sei es besonders leicht, die Helligkeit des Bildschirms zu verändern, die Leuchtdauer der Bildschirmbeleuchtung zu verkürzen und die Bluetooth-Funktion in einen Energiesparmodus zu versetzen. Mit einem einzigen Klick könne man das Gerät in einen Öko-Modus schalten. Für eine längere Akkulaufzeit ist das sicher hilfreich, aber zu suggerieren, dass man damit die Umwelt schützen würde, ist lächerlich. E-Life ist ein Label von Vattenfall, einem großen Energieversorger. Was sagt E-Life über sich selbst? Zitat Zitat Ende Und welche Trends erwarten uns laut E-Life in der Zukunft? Energiequelle Mensch Cardio für den Smartphone-Akku Während in den meisten Fitnessstudios hierzulande nur die eigene Ausdauer an Cardio-Geräten trainiert wird, ist man in Berlin schon wieder einen Schritt weiter. In einem neuen Fitnessclub in der Hauptstadt kann nun auch der Smartphone-Akku dank Muskelkraft neue Energie sammeln. E-Life hat das getestet. Wie ärgerlich, wenn der Smartphone-Akku leer ist und das Training erst begonnen hat. Denn mit Musik ist man meist motivierter und es macht mehr Spaß zu trainieren. In einem Berliner Fitnessstudio kann der Kunde nun sein Handy oder den MP3-Player an einen eigens angebrachten USB-Anschluss am Ergometer anstecken. Der Akku lädt während des Workouts wieder auf. Der Sportler selbst wird zum kleinen dezentralen Kraftwerk. Diese kreative Art der Stromversorgung schont einerseits die Energiekosten des Studios, weil der Strom für das Aufladen der Handy-Akkus selbst erzeugt wird. Es macht auch deutlich, wie sehr man sich anstrengen muss, um allein das eigene Smartphone am Laufen zu halten. Solche Äußerungen sind recht amüsant. Das Laden des Handys mit Muskelkraft kann natürlich sehr lehrreich sein. Aber die Stromkosten für einmal Aufladen liegen grob bei 0,2 Cent. In Worten 0,2 Cent. Mitten im Text finden wir noch abgesetzt mit riesigen Buchstaben folgende Aussage. Im Schnitt tritt ein Studiobesucher auf dem Ergometer mit 80 Watt in die Pedale. Eine halbe Stunde auf dem Gerät bringen knapp 40 Watt Leistung, was für die Aufladung eines Handys gleich mehrfach reicht. Was soll man da noch sagen? Selbst hier fehlt ein Verständnis für den Unterschied zwischen Leistung und Energie. Erinnern Sie sich an das Beispiel mit den PS im letzten Kapitel? Wenn man die obige Aussage in dieses Bild übersetzt, würde sie lauten, dieses Auto hat 80 PS. Eine halbe Stunde Autofahren bringen knapp 40 PS, was für eine Strecke von 10 Kilometer gleich mehrfach reicht. Das ergibt einfach keinen Sinn. Natürlich wollte der Artikel sagen, dass man mit einer halben Stunde auf dem Ergometer 40 Wattstunden Energie produziert, was in der Tat ausreicht, um das Handy mehrfach zu laden. Energiebedarf für die Handyproduktion. Wissen Sie übrigens, wie viel Energie zur Produktion eines Handys benötigt wird? Für den Abbau der Rohstoffe? Für die Verarbeitung der Rohstoffe? Für den Transport zwischen den vielen Beteiligten? Falls Sie es wissen, dann verraten Sie es uns, denn es ist unglaublich schwer, das vernünftig nachzurechnen. Einige Wissenschaftler beschäftigen sich trotzdem ausführlich mit dieser Fragestellung. Man spricht dabei von der Lebenszyklusanalyse. Ein von der EU gefördertes Projekt Use It Smartly nennt die Zahl von 220 Kilowattstunden für die Produktion eines Handys. Wir sind auf Schätzungen zwischen 40 und 280 Kilowattstunden für die Produktion eines Handys gestoßen, ein breiter Korridor. Vergleichen wir dies mit der gesamten Ladeenergie für den Lebenszyklus. Gehen wir dabei von einer langen Lebenszeit von drei Jahren aus und davon, dass in dieser Zeit das Handy täglich einmal aufgeladen wird. Dann kommt man auf ca. 1000 Ladevorgänge. Da jeder Ladevorgang 0,0088 Kilowattstunden benötigt, macht das insgesamt 8,8 Kilowattstunden und somit 2,2 Euro Stromkosten, deutlich weniger Energie, als die Produktion verschlungen hat. Als energiebewusster Mensch macht es also viel mehr Sinn, das Handy ein Jahr länger zu nutzen, als es mit Popo Power oder dem Crosstrainer selbst aufzuladen. Betrachten wir zum Abschluss noch eine Nachricht in Spiegel Online. Urin liefert Energie fürs Handy. Bakterien können Energie aus organischem Material erzeugen. Diese Fähigkeit haben Forscher genutzt, um aus Urin Strom für ein Mobiltelefon zu gewinnen. Der reicht immerhin für einen kurzen Anruf oder eine SMS. Zitat Natürlich kann man aus Gülle Energie gewinnen. Das ist nichts Neues. Aber Energie für eine einzige SMS zu erzeugen, das ist eine peinlich kleine Energiemenge, die sich in Zahlen kaum noch ausdrücken lässt. Es fehlte gerade noch, dass man von x Handys laden auf x SMS verschicken umschwenkt, um selbst aus Null noch eine große Zahl machen zu können. Wir sehen die nächste Schlagzeile schon förmlich vor uns. Zitat Mit dieser Anlage im Garten, die nur 1000 Euro kostet, können Sie so viel Strom produzieren, dass Sie 2000 SMS pro Tag verschicken können. Zitat Ende Und die übernächste Schlagzeile lautet dann, Zitat Forscher versuchen, die elektrischen Impulse unserer Nerven zu nutzen und haben dabei einen Durchbruch erzielt. Noch ist die Energieausbeute zu gering, aber die Forschung steht hier noch ganz am Anfang. Zitat Ende Kicken und dabei Strom erzeugen Beim Energieversorger Rheinenergie gibt es im Internet einen Blog, in dem 2016 die folgende Information veröffentlicht wurde. Mini-Kraftwerke im Rasen, Kicken und dabei Strom erzeugen Der Kölner Dom zählt zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Im Durchschnitt besichtigen ihn jeden Tag rund 20.000 Menschen. Auf ihrem Weg in die Kathedrale überqueren sie auch die Domplatte und erzeugen dabei jede Menge Energie. Energie, die mit einer cleveren Erfindung aus England in Strom verwandelt werden könnte. Das Londoner Start-up-Unternehmen Pave Gene Systems hat nämlich Bodenplatten entwickelt, die die kinetische Energie von Schritten in Elektrizität umwandeln. Der so gewonnene Strom wird in einem Akku gespeichert und lässt sich bei Bedarf abrufen, um benachbarte Lampen, Wegweiser oder Werbetafeln zu erleuchten. Bei einem Feldtest während des Paris-Marathons haben die auf rund 460 Quadratmetern Laufstrecke verlegten Pave Gene Platten aus den Schritten der Sportler 4,7 Kilowattstunden Strom gewinnen können. Genug, um die Akkus von annähernd 2000 Handys zu füllen oder 50 LED-Straßenlaternen zum Leuchten zu bringen. Da sind sie wieder, die Handys. Dieser Feldtest hat also eine Energiemenge im Wert von 1,20 Euro produziert bei 25 Cent pro Kilowattstunde. Und dafür wurden die Platten von England nach Paris transportiert und aufwendig aufgebaut. Und weiter? Das junge Unternehmen kann bereits eine Reihe von erfolgreichen Projekten vorweisen. In Rio de Janeiro erhellen die Platten seit September 2014 einen Fußballplatz inmitten einer Favela. Dank eines zusätzlich über Solarzellen geladenen Akkus bleibt der Platz bis zu 10 Stunden lang hell erleuchtet und ermöglicht den Bewohnern so auch in den Abendstunden und bei Nacht ihr liebstes Spiel. Erfunden hat die smarten Platten der erst 28 Jahre alte Ingenieur Lawrence Kimball Cook. Mit seiner Erfindung will er auch an Orten, die sich nicht zur Produktion von Wind- und Solarenergie eignen, nachhaltig Strom erzeugen. Mittlerweile hat der Engländer prominente Fürsprecher gefunden. Allen voran zeigte sich der Physiker Stephen Hawking begeistert von der Technik und bescheinigte ihr das Potenzial, die Art, wie wir in Zukunft Energie erzeugen, auf radikale Weise verändern zu können. Könnt das wirklich sein? Kann diese Idee unsere Energieerzeugung radikal verändern? Rechnen wir mal nach und machen an allen Stellen großzügige Annahmen. Ein Mensch hebt und senkt seinen Körperschwerpunkt beim Gehen. Nehmen wir eine Person mit einem Gewicht von 70 Kilogramm, die pro Sekunde zwei Schritte macht. Und nehmen wir an, dass der Körperschwerpunkt dabei 5 Zentimeter gehoben und gesenkt wird. Wenn man ein wenig rechnet, dann ergibt sich eine Leistung von 70 Watt für diesen Vorgang. Wenn wir nun ein System haben, das mit einer Effizienz von 10% diese Energie einfängt, dann haben wir pro Person eine Leistung von 7 Watt. Viel mehr wird wohl schwierig, denn irgendwann erschweren die Platten das Laufen auf ihnen merklich und wir müssten deutlich mehr Energie für die Fortbewegung aufwenden, ähnlich wie beim Laufen auf Sand. Den Energieerhaltungssatz können wir partout nicht überwinden. Ein Mensch schafft es nur unter großer Anstrengung, mehr als 100 Watt Leistung zu erbringen. Nehmen wir das Ende einer Rolltreppe, die zu einer S-Bahn führt. Dort verlegen wir auf 4x4 Metern die Platten. Zur besten Zeit sind vielleicht permanent 5 Personen in diesem Bereich, nachts kaum jemand, also im Schnitt bei ganz optimistischer Rechnung 2-3 Personen. Das macht grob 1 Watt pro Quadratmeter. Ein Zwanzigstel von dem, was eine Photovoltaikplatte gleicher Größe im Jahresdurchschnitt liefert. Und dann muss man die wenigen Quadratmeter noch verkabeln und ans Stromnetz anschließen. Größere zusammenhängende Flächen werden sicher deutlich weniger Leistung pro Fläche liefern. Es lohnen sich nur die absoluten Hotspots. Also nicht vorstellbar, dass man mit dieser Technik relevante Energiemengen produzieren könnte und dadurch unsere Energieproduktion radikal verändert würde, auch wenn der Gedanke noch so schön ist. Und was ist eigentlich mit dem Fußballplatz in Brasilien? Der CEO von Pavegene wird zitiert. Wenn wir unsere Technologie in einem Stadion mit einer Kapazität für 50.000 Zuschauer installieren würden, wäre die bei einem zweistündigen Event erzielte Energie in der Lage, 389 Handys bzw. MP3-Player aufzuladen. Wir finden, dass das ziemlich wenig Energie ist. Und Events mit 50.000 Zuschauern gibt es in einem Stadion nur alle ein bis zwei Wochen. Also, ein Fußballfeld glänzt nicht mit einer hohen Dichte an Menschen. Sonst wären auch keine Flanken in den freien Raum möglich. Aber gut, es war ja von einer Kombination mit Solarzellen die Rede. Dann wird der Großteil der Energie von den Solarzellen kommen und nur der Rest von den Platten. Während eines Spiels auf dem Platz in Brasilien generieren die 200 installierten Platten nach Angaben aus dem Energy Harvesting Journal zusammen 17 Watt Leistung aus den Bewegungen der Spieler. Wenn das stimmt, würde schon ein einziger zusätzlicher Quadratmeter Photovoltaik mehr bringen. Wollen wir also Licht in unterentwickelte Gegenden bringen, dann lassen Sie uns Photovoltaik dafür nutzen. Und Stephen Hawking? Wir glauben nicht, dass er das wirklich durchgerechnet hat. Aber vielleicht schreiben Sie mal ein Scientific American, die ebenfalls positiv über diese Idee und begeistert über den Ertrag von 4,7 Kilowattstunden in Paris berichtet haben. Wir sind gespannt auf die Antwort. Aber vielleicht ist die Intention der Entwickler gar nicht, die Energieproduktion zu revolutionieren. Und die Idee wurde von Journalisten überbewertet. Auf der Homepage der Firma Paefjean klingt das irgendwie anders. Jede Platte ist mit Wireless-Funktion ausgestattet und kann zum Beispiel die Bewegungsmuster von Kunden aufnehmen. Daneben kann die Energie zur Markierung der Fußwege Notbeleuchtung und für Kundenwerbung verwendet werden. Das klingt eher nach Data Harvesting als nach Energy Harvesting. Also, bei der Lebensange! Vielen Dank.